Servus Leute! So, wie wir angekündigt haben, wir sind schon wieder unterwegs in die Schweiz, ja nicht ganz auf dem Weg eigentlich von Eiberg, in Bürofredin Ohl, ne? Und ja, und nachher in die Schweiz. Da wird es mal als erstes zum Stuck her gehen und dann schauen wir uns mal, was es da alles so gibt. Also, da der Kameramann ist nicht mehr so der letzte Stinker, dem ist der Kanonenschlag klein, obwohl mein Name jetzt noch ändern werden müssen, dem ist der Kanonenschlag mittel, weil er halt echt jetzt noch schon der zweite Rest ist in der Familie. Nein, aber, könnt ihr gespannt sein, wird nicht mehr allzu lang dauern. Ich hoffe mal, dass mir das Internet alles halbwegs bei dir hat, dass sich die Videos auch hochgeladen. Aber, nein, du kriegst alle Hand noch zum sehen. Also, viel Spaß! Ja, jetzt haben wir noch was gefunden im Auto, im Verleihpark sehen wir schon, da ist der Freddy, ne? Und eben, ich hab da was gefunden und das werden wir noch gar nicht holen müssen, ne? Weil das brauchen wir zur Schweiz nicht, nicht mit Augen, ne? Deswegen... Ja, jetzt legst du's noch gut, ne? Boah! Die haut's gar nicht rein, ne? So, und die hauen wir jetzt auch noch alle weg. Und... Und... Da würde ich sagen, ist das gewesen und dann geht's endlich auf in die Schweiz, ne? Ja, das können wir ja nicht holen. Ja, das ist ja noch gut gewesen. Aber... Das macht halt auf in die Schweiz. Da ist ja der Geldsübergang. Jetzt hören wir aber die Schweizer. Und schon immer, schon wie jetzt, ja, schau. Nicht besetzt, ne? Und von mir geradeaus, ne? Nein, nein. Ja, aber rechts. Auch rechts. Ja. Ja. Gut, man. Jetzt wisst ihr mal, wir sind jetzt in der schönen Schweiz, ne? Und... Später. Später. So. Schauen wir uns Leute. Jetzt sind wir mal hoch, können wir ein paar Stücke hergehen. Also. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rein kaufen. Und dann seht ihr mal ein paar Aufschnitte von da. Du Kallner, salut! Du Kallner, salut! Du Kallner, salut! Achtung! Du Kallner, salut! Achtung! 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 Kallner, salut! Superstar! Kallner, salut! Wien ist dein, halt, ne? Kallner, salut! Wien ist dein, halt, ne? Superstar! Superstar Superstar Achtung 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 Koller salut Koller salut Koller salut Dingeling Superstar Superstar Dingeling 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 Superstar Welles Superstar Welles Superstar Koller salut Koller salut Koller salut Achtung! Kala, salut! Achtung! 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 Kala, salut! Superstar! Kala, salut! Wohin, was dein gehört, ne? Kala, salut! Wohin, was dein gehört, ne? Superstar! 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 Achtung! 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 Kala, salut! Kala, salut! Kala, salut! Kala, salut! Kala, salut! Dingeling! Kala, salut! 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 Kala, salut!